Ja, servus, grüßchen, hallo, hier ist euer Crypto Dennis mit dem neuesten Bitcoin Update. Heute ist der 11.09.2021 und heute habe ich zwei neue Sachen, wo ich euch zeigen kann, warum ich weiterhin der Meinung bin, dass es weiter runter geht. Das heißt, neue Sachen, ja, und danach natürlich, wie gewohnt, eine kurze Short-Term-Analyse. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, bevor wir anfangen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, teilt dieses Video mit Freunden, abonniert den Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Des Weiteren habe ich eine Neuerung in Sachen Börse. Ihr wisst, dass ich Bybit rausgenommen habe, das hat verschiedene Gründe. Jetzt habe ich hier eine neue Börse drin, die ich ausgiebig getestet habe. Ja, vorher habe ich ja nur Femex, Binance und Bybit benutzt. Jetzt benutze ich noch FTX, ja. Und FTX kann meiner Meinung nach super mit Binance mithalten. Die App ist übersichtlich, die gibt es für Android und für Apple. Und mit diesem Link könnt ihr diesen Kanal unterstützen, wenn ihr euch anmeldet und darüber tradet. Da gibt es ein 5% Cashback auf eure Fees. Ihr zahlt ja, wie jeder von uns, Fees. Wenn ihr zum Beispiel Long seid und für die Longs müssen Fees zahlen, dann an die Shorts bzw. an die Börsen, dann bekommt ihr einen 5% Cashback eurer Fees dann wieder zurück. Wenn euch das Trading interessiert, wie gesagt, ist alles risikobehaft. Da muss man natürlich dazu sagen, egal ob es Femex oder FTX ist. Dann probiert es mal aus, meldet euch an und guckt euch das einfach mal an. Die Registrierung geht sehr, sehr schnell. Des Weiteren sind hier die Telegram-Gruppen, Content Only von mir und der Austausch-Diskussion im Crypto Talk. Und wenn ihr Lust habt, TA zu erlernen und den Wavereader benutzen wollt, dann sprecht mich bitte an. Dann bekommt ihr Infos zur Bull vs. Bear Akademie. Das ist natürlich ein Verein. Des Weiteren kann ich euch ans Herz legen, mal bei Kevins Kanal vorbeizugucken. Der ist spezialisch in Sachen Elliott-Welt. So, kommen wir aber jetzt zum Chart. So, dann habt ihr hier die Bitcoin-Dominanz. Das heißt, wie viel Prozent ist die Gemeinschaft, die Krypto-Gemeinschaft, in Bitcoin investiert und wie viel Prozent in R-Coins im Moment, haben wir eine Bitcoin-Dominanz von etwa 41%. Also hier, das sind die Candlesticks, wo ihr hier seht, im Daily Chart. Hier in Orange haben wir den Bitcoin-Kurs. Den habe ich jetzt mal mit reingebracht, um euch was zu zeigen. Und zwar, wie gesagt, viele Sachen tut man ja von der Vergangenheit her leiten. Und ich sehe da Parallelen. Das ist das, was ich jetzt meine, was Neues, was meine Thäse unterstützen würde, dass wir jetzt in einen Bärenmarkt kommen würden. Und zwar, guckt euch das mal an. Hier haben wir in der Bitcoin-Dominanz einen doppelten Boden. Was ist jetzt in diesem Zeitraum, wo er das hier geformt hat, in der Bitcoin-Dominanz, mit dem Bitcoin-Kurs passiert? Auf dem Weg hin nach unten, beim Formen des Doppelboden, ist der Bärenmarkt eingeläutet worden. Ich denke mal, das ist gut ersichtlich hier. Wie er den Doppelboden geformt hat, sind wir ihn langsam, aber sicher in einen Bärenmarkt reingerückt. Gut. So, jetzt gucken wir uns mal das aktuell an. Wir sind wieder hier auf dem Level. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob es jetzt hier schon Schluss ist. Ich zeige euch mal eine Linie ein hier, weil die ist anscheinend sehr signifikant, wie ihr da seht. Die grüne Linie, da hat er im Moment Support gefunden. Es kann aber natürlich noch sein, dass es hier noch ein bisschen weiter runter geht. Aber nichtdestotrotz haben wir hier diese Formation hier. Dieser doppelte Boden und dieser möglichst doppelten Boden haben im Moment ähnliche, ich sage mal, Kursverlaufe. Fetter Abverkauf nach unten, wie es zum ersten Doppelboden ging. Und hier haben wir das auch ein bisschen zeitversetzt, aber hier ging es auch schön runter. Da gab es eine kleine Erholung. Ja, das war im Prinzip, also klar, das sieht jetzt nicht so aus wie hier. Das ist klar, man muss natürlich auch verstehen, dass hier, ja, das eine andere Zeit war, ja. Aber nichtdestotrotz ist der Kursverlauf ähnlich. Das heißt, ging es hoch hier, um das W zu formen, ging es im Kurs auch ein bisschen hoch und so ist es hier auch. Ich gehe jetzt davon aus, ja, dass mir etwas zeitversetzt, ich kann euch keine Zeit nennen, aber wenn er das hier wirklich so formt, wie hier, ja, dass wir jetzt demnächst den Bärenmarkt sehen werden. Ja, er macht hier einen Doppelboden, geht dann hier hoch, ja, und dann kriegen wir zeitversetzt unseren Bärenmarkt, ja. Und das ist wieder ein Punkt, ja, zu meinen ganz anderen Sachen, wo ich noch habe. Wie gesagt, guckt euch die alten Videos an, die letzten Videos an, ja. Das ist wieder etwas Neues und das sagt mir, ja, das bestätigt mich weiterhin, dass wir Kurse zwischen 10.000 und 17.000 Dollar nochmal sehen werden. Ich hoffe, das hat jeder verstanden, wenn ihr das guckt euch nochmal an. So, wir wechseln jetzt zum zweiten, wo ich sage, hm, das könnte auch bearish werden. So, dann haben wir hier im Daily Chart, ja, diese mögliche, das mögliche M-Formation vielleicht, oder wie ihr aus den alten Videos kennt, mögliches Bullish Bad oder Bullish Gartley, ja. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Und zwar, guckt euch hier mal, denn ich sagte ja, das wird der kleine Bruder hier von einem großen Bruder, ja, also ich denke, das sind Twins, aber das hier ist, das ist der kleine Bruder. Und da wird es so ähnlich von hier auch, bloß ein bisschen kleiner. Was aber bemerkenswert ist, schaut euch mal jetzt das Volumen an. Hier, das Volumen ist da, erstens haben wir viel mehr Volumen als hier, ja, und trotzdem ging es schön hoch. Des Weiteren war hier das Volumen, der abfallt, bevor es dann hier zum Abverkauf kam. So, und hier sehen wir was ähnliches. Das Volumen nimmt weiterhin ab, ja. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir demnächst, nachdem wir jetzt nochmal einen Rebound nach oben gemacht haben, auf das 0, ich sage, Golden Pocket, beziehungsweise Diamond Pocket, da kommen wir gleich nochmal dazu, dass es dann wirklich einen weiteren, größeren Abverkauf geben wird, bevor wir hier wieder auf dieses Level von etwa 30.000 stoßen werden, was sehr, sehr dann signifikant wird für Bitcoin. So, jetzt wisst ihr wieder zwei Sachen, wo ich sage, das wäre jetzt auch wieder bearish zu werden. Kommen wir jetzt zum Chart. So, hier sind wir im 1-Stunden-Timeframe. Okay, und ich sagte ja, in den letzten Videos, wir werden hier irgendwo in diesem blauen Bereich bechecktet und dann geht es schön nach unten. Natürlich jetzt nicht in der Rückschwindigkeit, das wusste ich natürlich nicht, das habe ich im letzten Video auch gesagt, aber das war so meine Vorgehensweise oder mein Gedanke, dass es dann hier runter gehen wird. So, und nach diesem Dump nach unten sagte ich, ja, es wird meiner Meinung nach jetzt noch ein Rebound nach oben gehen, das heißt eine Korrektur von diesem Abverkauf und das wäre so das Golden Pocket und das Diamond Pocket. Ich habe hier in diesem Bereich, hier in diesem Bereich, habe ich ja Profite genommen, das habe ich auch gesagt und werde natürlich da oben meine Position, diesen Bereich wieder vergrößern. Viele haben mich privat angeschrieben und gefragt, ja, wo setzt man jetzt denn das Stop-Loss hin? Ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, ich habe den Stop-Loss auch wieder verändert, aber es sei mir nicht böse, dass ich hier nicht alles verraten kann, weil die Bull World Space Academy hat natürlich Vorrang, klar, und das ist natürlich logisch und darin gibt es natürlich viel, viel mehr Setups und viel, viel mehr Analysen und detaillierte Analysen als hier natürlich über die öffentlichen Medien, ist natürlich logisch, denke ich mal, und es ist nachvollziehbar, aber das, was Kevin und ich so bieten, ist, denke ich mal, auch sehr wertvoll für euch. Und wenn ihr euch für die Akademie ja interessiert, dann schreibt mich, wie gesagt, bei Telegram einfach an. Es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, ob es das Erlernen von TA ist oder Setups sind, wo wir selber auch dann traden, die Analysen, sehr genaue Analysen, die dann abgetradet werden können, wie auch das Erlernen von TA. So, hier sind wir hier drin, ich sagte, wir sehen hier den oberen Bereich nochmal. Im Moment, Form könnten wir, ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter rein, im Moment könnten wir, wenn wir jetzt mal genau hingucken, ein Descending Boarding Wedge formen, ja. Gehen wir mal da oben, da geht es runter. Hier geht es so runter, dass es ein Boarding, ein Descending Boarding Wedge, ein mögliches, ja. Des Weiteren, wenn man nochmal genauer hinguckt, ja, da müssen wir mal in die kleinen Zeit, dann gehen wir mal in den 30-Minuten-Chart. Hier könnte sich dann noch gleichzeitig, was das Ganze auch ein bisschen jetzt, ja, bestärken würde, hier könnte sich jetzt, da machen wir die Farbe auch klar anders da, eine kleine ISKS-Form, ja. Wo bist du, Farbe? Hier ist die Farbe. So, und das würde uns wahrscheinlich Auftrieb nach oben gehen, so dass wir da oben wieder an dieser gelben Neckline dann landen werden, ja. So, jetzt wisst ihr ja Bescheid, was ich sehe, was ich auch ein bisschen long-term sehe, warum es nach unten geht, was jetzt in der nächsten Zeit passiert, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in den Crypto Talk zusammen austauschen könnten. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Kripto Dennis von der Bull vs. Bass Academy. Ciao.